Kennt ihr das? Ihr habt endlich mal eure Freundin geknackt und sie ist gerade so dabei, euch auszuziehen und sie meint noch so... Ach, so groß kann der gar nicht sein. Und dann ist es soweit. Die Hose ist unten und der Schwanz springt ihr entgegen und sie macht einfach den hier. Und ich dann einfach so... Yeah, sicker Cock!